Viele Male umhüllt uns das moderne Leben in einer hektischen Routine, in der wir hinter Träumen, Erfolg und Errungenschaften herjagen, ohne innezuhalten, um darüber nachzudenken, was wirklich auf dem Spiel steht. Hast du dich jemals gefragt, ob der Preis, den du zahlst, es wert ist? Vielleicht hat die Welt dir beigebracht, dass es wichtig ist, alles zu erobern. Aber was ist mit deiner Seele? In diesem Video werden wir Wahrheiten aufdecken, die die meisten lieber ignorieren und die dich auf einen gefährlichen Weg führen könnten, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Das Erwachen zu dieser Realität kann der Unterschied sein zwischen dem Finden eines wahren Zwecks oder dem Weitermachen in den Fallen, die dich umgeben. Im Laufe der Zeit wurden wir mit Symbolen, Botschaften und Einflüssen bombardiert, die, obwohl scheinbar harmlos, uns von dem abgelenkt haben, was wirklich wichtig ist. Jeden Tag werden wir immer desensibilisierter. Und was früher falsch schien, ist heute nur noch ein weiterer Teil des Szenarios. Die Frage ist, wie lange wirst du dich noch täuschen lassen? Wir sprechen von einem Krieg, den viele nicht erkennen, der aber jede Entscheidung beeinflusst, die du triffst. Wenn du denkst, dass du gegen diese Einflüsse immun bist, irrst du dich vielleicht. Bereite dich darauf vor, einer Wahrheit ins Auge zu sehen, die unbequem aber notwendig sein kann. Was du hier entdecken wirst, hat die Macht, deine Perspektive auf die Welt zu verändern. Und was am wichtigsten ist, auf dein Leben. Mitten im Chaos des Alltags kann man nicht leugnen, dass dunkle Mächte zunehmend in unserer Umgebung präsent zu sein scheinen. Es geht nicht nur um Verbrechen oder Tragödien, sondern um einen Schatten, der bestimmte Strukturen der Gesellschaft durchdringt. Rituale und Praktiken, die das Böse heraufbeschwören, tauchen immer wieder auf. Und es ist kein Geheimnis mehr, dass viele, sei es aus Unwissenheit oder auf der Suche nach Macht, in solche Dunkelheiten verwickelt sind. Die moderne Gesellschaft, die scheinbar so fortschrittlich ist, stößt oft auf diese archaischen Spuren, die uns fragen lassen, wie tief ist das Böse in unseren Systemen verwurzelt. Dieses Böse entsteht nicht einfach aus dem Nichts. In Epheser 6,12 werden wir gewarnt, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Gewalten, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt. Das geistige Böse, das sich hinter Führern, Ideologien und Institutionen verbirgt, beeinflusst die Entscheidungen und die Entwicklungen der Welt. Während viele diese unsichtbare Schlacht ignorieren, formt sie die Ereignisse um uns herum subtil, aber beständig. Die eigentliche Frage ist, wie viele sind wirklich bereit, sie zu erkennen. Das Faszinierendste ist, wie sich diese Kräfte tarnen. In einer Gesellschaft, die den Materialismus und den Erfolg um jeden Preis verehrt, werden moralische Prinzipien immer mehr verzerrt. Dies wird offensichtlich, wenn wir den Aufstieg von Figuren beobachten, die es scheinbar bis an die Spitze der sozialen Pyramide geschafft haben, die jedoch eine Aura der Dunkelheit mit sich tragen. Die unersättliche Jagd nach Reichtum und Status hat viele auf gefährliche Pfade geführt, auf denen das Richtige und das Falsche relativ werden. Das Böse trägt in diesem Sinne eine verlockende Maske. Es ist leicht, sich der Illusion hinzugeben, dass dies nur Fiktion sei. Aber die Wahrheit ist, wenn wir genau hinsehen, werden wir feststellen, dass die Banalität des Bösen sich bis in die kleinen Handlungen des Alltags widerspiegelt. Die Lüge, die harmlos erscheint, der Gewinn auf Kosten anderer oder gar die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer. Kleine Taten, die, wenn sie sich häufen, diese größere Dunkelheit nähren. Wann haben sie das letzte Mal innegehalten und sich gefragt, ob ihre eigenen Entscheidungen zum Licht oder zum Schatten beitragen? Es gibt auch diejenigen, die aktiv versuchen, sich mit diesen dunklen Kräften zu verbünden, in der Überzeugung sie kontrollieren oder für ihre eigenen Wünsche nutzen zu können. Was jedoch viele nicht erkennen ist, dass sie sich durch das Einlassen auf solche Praktiken in die Hand von etwas Größerem und Gefährlicherem begeben. Was als Versuch beginnt, persönliche Macht zu erlangen, endet oft in einem spirituellen Gefängnis, in dem die Seele von etwas viel Tieferem gefangen gehalten wird, als von jedem irdischen Reichtum oder jeder weltlichen Macht. Angesichts dieses Szenarios sind wir ständig aufgerufen, uns zu entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Auch wenn das Böse versucht, sich als etwas Wünschenswertes zu tarnen, zeigt sich seine wahre Natur letztlich doch. Die Gefahr besteht darin, sich so sehr an die Dunkelheit zu gewöhnen, dass man sie nicht mehr sieht. Und wenn das passiert, können die spirituellen Konsequenzen verheerend sein. Schließlich, wie kann man sich gegen das wehren, was man bereits akzeptiert hat? Wenn es um die unsichtbaren Kräfte geht, die in der Welt wirken, bieten uns die biblischen Lehren eine klare Sicht darauf, womit wir es tatsächlich zu tun haben. Die Schrift ist eindeutig darin, dass unser Kampf nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und geistliche Autoritäten gerichtet ist, die im Verborgenen agieren. Epheser 6,12 macht dies deutlich und erinnert uns daran, dass böse Kräfte die Dunkelheit dieses Jahrhunderts beherrschen. Viele mögen diese Realität ignorieren, doch die Wahrheit ist, dass während wir uns mit Oberflächlichkeiten ablenken, ein geistlicher Krieg tobt. Und dieser Krieg ist nichts Entferntes oder nur für Experten. Er betrifft uns alle täglich. Wenn wir innehalten und nachdenken, wie oft sind wir schon vor moralischen Entscheidungen gestanden, die uns gespalten haben. Diese kleinen Entscheidungen, die unscheinbar erscheinen, aber eine größere Last tragen, als wir uns vorstellen. In diesen Momenten sollten die Lehren der Bibel unser Leitfaden sein, um zu unterscheiden, was richtig ist und was täuschend attraktiv erscheint. Ohne dieses Fundament bleiben wir den subtilen, aber mächtigen Angriffen verwundbar, die unseren Geist beeinflussen. Das Interessante ist, dass die Bibel uns nicht nur warnt, sondern uns auch ausstattet, um diese Kämpfe zu bestehen. Mit geistlichen Waffen wie Gebet, Glauben und dem Wort Gottes sind wir eingeladen, uns zu stärken. Es ist, als befänden wir uns auf einem unsichtbaren Schlachtfeld, wo jede Entscheidung, die wir treffen, das Ergebnis beeinflusst. Dennoch erkennen dies viele nicht. Sie glauben lieber, dass das geistliche Leben sekundär ist, ein Detail, das später behandelt wird. Und genau dort findet das Böse seine Öffnung. Epheser 6 spricht von der Rüstung Gottes, Die den Helm des Heils, das Schwert des Geistes und den Schild des Glaubens umfasst. Diese Elemente sind nicht nur Symbole, sondern Erinnerungen daran, dass wir immer wachsam und geschützt sein müssen. Wie jeder Krieger muss auch der Christ vorbereitet sein, denn der Feind warnt selten, bevor er angreift. Es sind die alltäglichen kleinen Versuchungen, in denen der wahre Kampf ausgetragen wird. Und ohne Vorbereitung ist es leicht, überrascht zu werden. Darüber hinaus legen die biblischen Lehren stets den Fokus auf etwas Größeres, die Rettung der Seele. In einer so materialistischen Welt ist es leicht, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Die Schrift erinnert uns ständig daran, dass unsere Zeit auf Erden vergänglich ist und dass unser ewiges Schicksal unsere größte Sorge sein sollte. Doch die Ablenkungen sind zahlreich und ohne ein solides Fundament laufen wir Gefahr, vom Weg abzukommen. Daher ist die Botschaft klar, wir können diesen Kampf nicht alleine führen. Wir benötigen Führung und Stärke von Gott. Und das geschieht nur, wenn wir uns in die Lehren vertiefen, die er uns hinterlassen hat. Sie sind unser Schutz und unser Kompass, der uns durch die Schatten führt, die versuchen, uns zu umgeben. Der Einfluss Satans auf das Leben der Menschen ist eine Realität, die die Bibel immer wieder betont. Er ist nicht nur ein Symbol des Bösen, sondern eine aktive Entität, die bestrebt ist, Seelen von Gott abzuwenden. Einer der ikonischsten Momente, der uns hilft, diesen Einfluss zu verstehen, ist die Versuchung Jesu in der Wüste, wie in Matthäus 4, 1, 12 festgehalten. Dort bietet er dem Sohn Gottes Reichtümer, Macht und Herrschaft über die Reiche der Welt an, jedoch unter der Bedingung der Anbetung. Und handelt er nicht bis heute genauso, indem er das anbietet, was wir am meisten begehren, im Austausch für etwas viel Größeres. Diese Angebote können in verschiedenen Formen kommen, stets getarnt als unwiderstehliche Gelegenheiten. In unserer modernen Gesellschaft, in der Erfolg oft nach Status, Geld und Einfluss gemessen wird, nutzt Satan die menschlichen Ambitionen, um Anhänger anzuziehen. Er bietet einen einfachen Weg für diejenigen, die die Welt erobern wollen. Aber der Preis ist immer hoch. Was er zu verbergen versucht, ist, dass die Annahme dieser Geschenke dazu führt, dass sich die Person von ihrer wahren Essenz entfernt und die Integrität ihrer Seele gefährdet. Die Gefahr liegt genau darin, dass Satan die menschlichen Schwächen kennt. Er weiß, welche Versuchungen uns am meisten anziehen und arbeitet daran, uns vom richtigen Weg abzubringen. Oft nutzt er legitime Wünsche, wie das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit oder das Streben nach Anerkennung, um uns auf dunkle Pfade zu führen. Das Problem entsteht, wenn wir bei der Verfolgung dieser Errungenschaften moralische und spirituelle Grundsätze beiseite legen und das Ewige gegen das Vergängliche eintauschen. Wie kann man diesen Versuchungen in einer Welt widerstehen, die materiellen Erfolg so sehr schätzt? Die Bibel zeigt uns, dass das Widerstehen von Satans Machenschaften mehr als nur Willenskraft erfordert. Es bedarf eines tiefen Verständnisses, seiner Strategien und einer festen Verbindung zu Gott. Jesus nutzte bei seinen Versuchungen das Wort Gottes, um sich zu verteidigen und antwortete mit den Schriften auf jedes Angebot, das ihm gemacht wurde. Das lehrt uns, dass das Kennen und Leben der biblischen Wahrheit der Schlüssel ist, um den Fallen zu entkommen, die er auf unserem Weg legt. Ohne diese Grundlage ist es einfach, von leeren Versprechen getäuscht zu werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Satan nicht offensichtlich handelt. Seine Angebote erscheinen oft als Lösung für unsere Probleme, als eine Möglichkeit, unsere größten Träume schneller zu erreichen. Er tritt nicht als Bösewicht auf, sondern als jemand, der uns etwas zu bieten hat. Deshalb fallen viele in seine Fallen, im Glauben, dass sie Entscheidungen treffen, die nur ihr eigenes Leben bereichern. Die Frage ist, inwieweit sind diese Vorteile real und dauerhaft? So ist der Einfluss Satans etwas, das wir täglich erkennen und bekämpfen müssen. Der Kampf besteht nicht nur gegen großartige Versuchungen, sondern auch gegen die kleinen Zugeständnisse, die wir im Alltag machen. Und mit jedem Schritt, den wir auf diesem Weg tun, entfernen wir uns ein Stück mehr von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Die Suche nach Ruhm und Reichtum hat im Laufe der Zeit viele angezogen. Doch in der heutigen Welt scheint diese Anziehungskraft sich verstärkt zu haben. Der Wunsch, anerkannt, bejubelt und gefeiert zu werden, bewegt unzählige Menschen. Und die Unterhaltungsindustrie ist die perfekte Bühne dafür. Die Bibel warnt uns vor den Gefahren dieses Weges und hebt hervor, dass der Glanz des Ruhms eine sorgfältig vorbereitete Falle sein kann. Was wirklich zählt ist, was man bereit ist, in diesem Prozess zu verlieren. So wie Satan Jesus versuchte, indem er ihm die Reiche der Welt anbot, stehen sich viele Prominente heute Entscheidungen gegenüber, die ihre Integrität gefährden können. Das Versprechen von schnellem Ruhm, sofortigem Erfolg und reichlichem Wohlstand kann verlockend sein. Doch was viele nicht erkennen ist, dass hinter jedem Angebot ein Preis steht. Einige glauben, dass sie diesen Tausch kontrollieren können, indem sie ihre Prinzipien intakt halten. Doch die Realität sieht oft anders aus. Mit der Zeit beginnen die Verpflichtungen, die man im Streben nach Ruhm eingeht, das Wesen der Person zu erodieren. Die Faszination für Ruhm erzeugt auch die Illusion, dass er wahres Glück bringen kann. Es ist jedoch üblich, öffentliche Persönlichkeiten zu sehen, die selbst nach dem Erreichen des Höhepunkts ihrer Karrieren mit persönlichen Krisen, Einsamkeit und existenziellen Fragen konfrontiert sind. Das Versprechen, dass Ruhm eine innere Leere füllen kann, wird selten wahr. Tatsächlich entdecken viele, die Erfolg erreichen, dass die mit dem Ruhm einhergehenden Belastungen größer sind, als sie es sich vorgestellt haben, und der Frieden, den sie suchten, ist weiter entfernt als je zuvor. Ein interessanter Punkt ist, wie dieses ungebremste Streben nach Ruhm das widerspiegelt, was Jesus in Markus 68 warnte. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele erleidet? Dieser Vers unterstreicht die Gefahr, sich von den Applausrufen der Welt verführen zu lassen, während nach und nach das spirituelle Wesen vernachlässigt wird. Materieller Erfolg und öffentliche Anerkennung können auf kurze Sicht befriedigend sein, sind jedoch vergänglich, und die Seele, einmal kompromittiert, ist schwer wieder zu retten. Darüber hinaus scheint die heutige Kultur dieses Rennen um Ruhm zu fördern, wobei soziale Medien diese Suche verstärken. Heutzutage kann jede Person über Nacht eine Berühmtheit werden, was es noch einfacher macht, in die Falle der sofortigen Popularität zu tappen. Doch genauso schnell wie der Ruhm kommt, kann er auch genauso schnell wieder verschwinden. Die Frage, die sich stellt, lautet, ist es wert, alles Wichtige für etwas so Flüchtiges zu opfern? Daher besteht die wahre Herausforderung für diejenigen, die Erfolg anstreben darin, ihren Werten treu zu bleiben, unabhängig von den Versuchungen, die der Weg mit sich bringt. Es ist nichts falsch daran, Anerkennung für Talente und harte Arbeit zu suchen. Aber es ist entscheidend, darauf zu achten, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich, was nützt es, die Spitze der Welt zu erreichen, sich dabei aber zu verlieren? Wenn es um die Versuchungen dieser Welt geht, ist eine der deutlichsten Botschaften der Bibel die Warnung davor, was wirklich zählt. Markus 8,36 erinnert uns daran, denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und doch Schaden an seiner Seele zu erleiden? Dies ist ein Weckruf für alle, die sich von irdischen Vergnügungen und Belohnungen verführen lassen, ohne die geistigen Konsequenzen zu bedenken. Die Faszination für Erfolg, Reichtum oder Macht kann die Menschen für den wahren Lebenszweck blenden. Und genau dort liegt die Gefahr. Viele tauschen die Ewigkeit gegen Momente vergänglicher Herrlichkeit. Es ist üblich zu beobachten, wie die moderne Welt eine Fülle von Ablenkungen und Vergnügungen bietet, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Doch die ungebremste Suche nach diesen Genüssen kann uns von unserem geistigen Wesen abbringen. Die Bibel warnt ständig vor der Illusion des Reichtums und der Suche nach irdischen Vergnügungen. Was als unschuldige Suche nach Glück beginnt, kann sich schnell in eine Falle verwandeln, in der sich das Individuum von seinem Glauben und seinem wahren Zweck entfernt. Die Falle der weltlichen Belohnungen liegt in ihrer vergänglichen Natur. Alles Materielle, sei es Macht, Geld oder Ruhm, hat eine Ablaufdatum. Und was viele vergessen, ist, dass wenn dieser Zeitraum abläuft, nur Leere übrig bleibt. Für diejenigen, die all ihre Hoffnungen in das setzen, was die Welt bietet, kann der Fall verheerend sein. Die Seele ist das Wichtigste und sie für etwas so Flüchtiges zu riskieren, ist ein zu hoher Preis. Darüber hinaus ist es wichtig zu bedenken, dass Satans Angebote nicht immer klar erkennbar sind. Sie können wie Chancen auf Erfolg, Wachstum und sogar Glück erscheinen, doch die wahre Absicht hinter diesen Angeboten ist immer dieselbe, die Person von Gott abzuwenden. Es ist eine Warnung an alle, aufmerksam darauf zu achten, was sie wirklich in ihrem Leben suchen. Es liegt eine tiefe Weisheit darin zu erkennen, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Und noch wichtiger ist zu verstehen, dass die Seele keinen Preis hat. Wenn Jesus fragt, denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und doch Schaden an seiner Seele zu erleiden, erinnert er uns daran, dass der wahre Schatz nicht in irdischen Dingen zu finden ist, sondern in einem Leben, das mit Gott verbunden ist. Die Warnung ist ausgesprochen und es liegt an jedem Einzelnen, über seine eigenen Entscheidungen nachzudenken. Die Welt bietet viele Ablenkungen, aber die geistige Wahrheit siegt immer. In diesem Sinne ist es entscheidend, dass jeder auf den Weg achtet, den er einschlägt. Während sich die Unterhaltungskultur weiterentwickelt, wird immer deutlicher, dass satanische Themen und Symbole zunehmend verbreitet sind. Ob in der Musik, in Filmen oder in anderen Medienformen, diese Bilder haben sich auf erschreckend subtile Weise in das kollektive Bewusstsein eingebrannt. Viele betrachten dies als bloßen künstlerischen Ausdruck oder als vorübergehende Modeerscheinung, doch bei genauerer Betrachtung erkennen wir, dass etwas Tiefgründigeres vor sich geht. Die Entschlackung gegenüber den geistigen Konsequenzen dieser Darstellungen ist ein Warnsignal. Das Problem bei dieser Verharmlosung des Bösen besteht darin, dass sie nach und nach die Wahrnehmung der Öffentlichkeit darüber erodiert, was richtig und falsch ist. Was früher Schock und Abscheu hervorrief, wird heute als selbstverständlich angesehen. Die satanische Symbolik wird stilisiert und oft glamourös präsentiert, als ob sie harmlos wäre. Dennoch warnt die Bibel klar davor, sich auch nur indirekt mit dem Bösen zu beschäftigen. Die wahre Frage lautet, wie stark kann diese ständige Exposition unsere Sicht auf die geistige Welt beeinflussen? Es ist wichtig zu bedenken, dass die Medien zwar behaupten mögen, diese Symbole seien lediglich Kunst, aber die psychologischen und spirituellen Auswirkungen auf die Menschen dürfen nicht ignoriert werden. Oft werden diese Themen so subtil eingebettet, dass das Publikum kaum merkt, dass es ihnen ausgesetzt ist. Je mehr wir diesen Einflüssen ausgesetzt sind, desto weniger spüren wir deren Wirkung. Genau das macht diese Entschlackung so gefährlich. Bilder, die früher Unbehagen verursachten, werden als normal angesehen und das Publikum gewöhnt sich unbemerkt an diese Dunkelheit, die als Unterhaltung getarnt ist. Dieser Trend ist nicht auf ein bestimmtes Genre oder einen Stil beschränkt. Von Popmusik bis hin zu Blockbuster-Filmen hat sich die dunkle Symbolik in verschiedene Kunstformen eingeschlichen. Einige mögen behaupten, es sei nur ein Zufall. Doch wenn man das Volumen und die Häufigkeit dieser Symbole analysiert, erscheint der Zufall zunehmend als eine Strategie. Satan, der Meister der Täuschung, nutzt jede verfügbare Möglichkeit, um die Menschen von ihrer wahren geistigen Natur abzulenken und sie in die Irre zu führen. Die Verharmlosung des Bösen in der Popkultur spiegelt den geistigen Zustand der Welt wider. Immer mehr wird das Dunkle und Böse als stilvoll oder kühn dargestellt, während geistige und moralische Werte als veraltet oder überholt betrachtet werden. Es ist ein gefährlicher Kreislauf. Denn je mehr die Gesellschaft diese Symbole und Themen akzeptiert, desto schwieriger wird es, das wirklich Geistige von einer Falle zu unterscheiden. Die große Frage ist, wie viele sind bereit, das, was sie täglich konsumieren, zu hinterfragen. Auf diese Weise ist die moderne Unterhaltung zu einem verkleideten geistigen Schlachtfeld geworden. Während viele diese Inhalte leichtfertig konsumieren, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, findet eine stille Kriegsführung statt. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, das Böse als etwas Gewöhnliches zu betrachten, desto anfälliger werden wir. Der geistliche Krieg ist eine ständige Realität, die jedoch oft ignoriert oder unterschätzt wird. Satan stellt durch seine Versuchungen und Verlockungen jedes Individuum auf ein unsichtbares Schlachtfeld, wo alltägliche Entscheidungen nicht nur die Gegenwart, sondern auch das ewige Schicksal bestimmen. Die Schrift erinnert uns daran, dass dieser Kampf sich nicht nur auf die großen Lebensentscheidungen beschränkt, sondern auch auf die kleinen Versuchungen des Alltags. Das Streben nach materiellem Erfolg mag harmlos erscheinen, kann jedoch allmählich die Person vom spirituellen Weg abbringen. Was diesen Krieg so herausfordernd macht, ist die Tatsache, dass er sich oft subtil präsentiert. Satan offenbart sich selten auf offensichtliche Weise. Im Gegenteil. Er zieht es vor, im Verborgenen zu agieren, Situationen zu manipulieren und Herzen zu beeinflussen. Deshalb spricht Epheser 6 von der Notwendigkeit, die Rüstung Gottes anzulegen. Ohne diesen Schutz bleiben wir anfällig für diese unsichtbaren Angriffe, die sich in Form von Zweifeln, Ängsten und unkontrollierten Wünschen manifestieren können. Die heutige Welt, mit ihrer Betonung des Materialismus, schafft die perfekte Bühne für das Gedeihen dieser Versuchungen. Interessanterweise wird dieser Krieg nicht nur zwischen Individuen und geistlichen Kräften geführt. Er findet auch in jedem von uns selbst statt, in unseren Gedanken und Herzen. Der Wunsch, erfolgreich zu sein und Anerkennung zu erlangen, ist etwas Natürliches. Doch die Art und Weise, wie dieses Streben verfolgt wird, kann darüber entscheiden, auf welcher Seite dieses geistlichen Kampfes wir stehen. Der Apostel Paulus warnt uns vor der Wichtigkeit, den Geist auf das Himmlische zu richten und nicht auf das Irdische. Das bedeutet, der Versuchung zu widerstehen, unsere Werte für etwas so Vergängliches wie menschliche Anerkennung zu kompromittieren. Hier wird die geistliche Integrität wesentlich. Standhaft zu bleiben angesichts der Versuchungen der Welt erfordert mehr als nur gute Absichten. Es bedarf Disziplin, Gebet und tiefgehenden Wissens der Gottesworte. Ohne diese Grundlagen wird die Person anfällig für die Verlockungen, die Satan vor ihr platziert. Jede Entscheidung, die wir treffen, sei es in kleinen Handlungen oder großen Entscheidungen, bestimmt in gewisser Weise, auf welcher Seite dieses geistlichen Krieges wir kämpfen. Das Angebot Satans ist immer dasselbe, sofortiges Vergnügen im Austausch gegen die Integrität der Seele. Doch der Widerstand gegen diese Versuchungen ist möglich, wenn man auf soliden Prinzipien und der Beziehung zu Gott verankert ist. Jesus widerstand diesen Angeboten in der Wüste und zeigte uns, dass wahre Macht nicht in den Dingen dieser Welt liegt, sondern in der Verbindung mit dem Schöpfer. Der geistliche Krieg mag intensiv erscheinen, doch mit den richtigen Werkzeugen kann er gewonnen werden. Die Botschaft ist daher klar. Wir alle sind in diesen Kampf verwickelt, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Und wie jeder Krieg erfordert er Vorbereitung, Strategie und eine gute Portion Unterscheidungsvermögen. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist ein Schritt in diesem Krieg. Und es steht viel mehr auf dem Spiel, als wir uns vorstellen können. über den Weg in diesem Bitcoin oder so. Und es steht viel mehr äußert ist.